Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Vertraue nicht blind deinem Antivirenprogramm. Und das erleben wir ja tatsächlich noch. Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Wir haben noch so viele Themen. Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon. Bereit für ein neues Update? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Angriffslustig. Ach, wie kenne ich doch das mannigfaltig in meiner Freizeit. Ein Kollege hat ein Problem. Man muss ihm helfen, man möchte nicht vorbeigehen. Und dann nimmt man irgendein Tool, das es im Internet gibt und macht den Support. Tönt sehr einfach, hat sich im privaten Umfeld auch ziemlich etabliert. Hat aber auch den Weg ins Business-Umfeld gefunden. Und genau über diese gefährlichen Programme möchten wir uns heute unterhalten. Hier ist wieder Andreas Wiesler und Sandro Müller. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einleitung, Andreas. Einmal mehr Top-Einleitung. Da wird keiner irgendwo drüber haspeln, sondern die ausführlich sich anhören. Ernsthaft, es ist, ich glaube es war am Januar sogar, habe ich das erste Mal gelesen vom Vorfall bei Anydesk. Anydesk ist eben genauso eine Fernwartungssoftware, wie die sich, glaube ich, selbst korrekt bezeichnen. Und da gab es irgendein Sicherheitsproblem. Zuerst war nicht ganz klar, was oder mir nicht. Dann kam dann immer mehr ans Licht. Kannst du dich auch erinnern? Wie hast du davon erfahren? Ja, das war ja das Spannende, dass es zuerst ein bisschen kleingeredet wurde und dann kam hervor, ja, es ist schon länger zurück, es ist noch gravierender als angenommen. Und das BSC, das, oh, warte jetzt, bringst du es hin? Ich glaube nicht. Bundesamt für? Sicherheit und Intimationstechnik. Danke, Andreas. Ich hätte es nicht hingekriegt. Aus Deutschland, es kam dann raus, dieses BSC wusste bereits schon vor der Veröffentlichung davon, hätte anscheinend Anydesk sogar darauf aufmerksam gemacht. Dann kamen Gerüchte auf, ja, das war aber schon im Dezember 2023, wurde verneint? Nein, natürlich nicht, das war nicht so. Irgendwann war es dann wie selbstverständlich, doch, das war schon so, dass das, ich weiss nicht, ob das BSC schon involviert war damals, aber zumindest der Angriff hat dann schon stattgefunden. Es ist doch wieder mal der Klassiker, alles Kleinschweigen und nur was wirklich bewiesen werden kann, wird zugegeben. Das ist traurig, gerade wenn man in der Informationssicherheit Vertrauen aufbauen möchte. Gerade als Security-Firma, dann muss man doch auch dazu stehen, dass mal was passiert ist, offen, transparent darüber kommunizieren und dann können die Leute das auch nachvollziehen, als einfach Salami-Taktik zu machen. Und ich habe total Verständnis, dass man möglicherweise zu Beginn nicht genau weiss, was ist alles passiert, wann hat es angefangen. Nur, es ist ein Unterschied zu sagen, hey, wir sind noch an der Ermittlung, wir wissen noch nicht alles. Oder eben zu behaupten, nein, das ist nicht so schlimm, nein, so war das nicht. Und erst wenn es bewiesen werden kann, ist es dann so. Auf jeden Fall, das hat uns dazu veranlasst, diese Folge heute aufzunehmen, eben über solche Fernwartungssoftware. Du hast das einleitend schon gesagt, sowohl im privaten, aber natürlich auch im Businessumfeld ist das sehr, sehr weit verbreitet. Jetzt, soweit ich es weiss, bei Anydesk sind die wirklich in die Firma eingebrochen. Das hat jetzt nichts direkt mit dieser Fernwartungssoftware zu tun, zumindest, soweit man das weiss. Aber wir wissen ja, dass nur das zugegeben… Vielleicht sind sie über diese Lücke reingekommen. Genau, könnte ja sein, dass sie wieder… Egal, nee, auf jeden Fall, die sind dort reingekommen und die haben dann schon ein paar wichtige Dinge abgezogen, unter anderem Sicherheitszertifikate, mit denen, das wurde dann irgendwann eben auch gesagt, Zugriffe möglich gewesen wären, und zwar ohne, dass es der Benutzer merkt. Gefährlich, gefährlich. Ja, gerade jetzt solche Dienste, die immer im Hintergrund laufen, sind eine grosse Gefahr. Nicht nur bei Anydesk, sondern auch bei anderen Programmen. Wenn du die Zugangsdaten kennst oder erratest, dann bist du auf deren System. Das war ja… Die sind ja populär geworden. Früher war es ja immer kompliziert, wenn man über das Internet in eine Infrastruktur hinein wollte. Es war auch gefährlich, solche Ports zu öffnen, weil viele Software dann schlicht und einfach nicht dafür gemacht war. Das war dann auch die Zeit, da kamen eben die Tools auf, die von innen nach außen die Verbindung aufgebaut haben, und das war auch so die Geburtsstunde solcher Fernwartungssoftware. Ist jetzt vielleicht nicht 100% korrekt, dass das die Geburtsstunde war, aber zumindest dort wurden die populär. Die haben das genau so gemacht, und das ist ja das, was du ansprichst, Andreas. Von innen nach außen machen die eine Verbindung, und die steht dann immer. Ja, ich sage mal, auf Server X machen die eine Verbindung. Und ich kann jetzt von irgendwo auf der Welt auch eine Verbindung auf Server X machen, kann sagen, hey, ich möchte mich jetzt genau mit dem System verbinden, das da eben auch verbunden ist. Normalerweise brauche ich eine Kennung oder eben ein Zertifikat oder was auch immer, und dann steht die Verbindung. Ja, und je nachdem, wie die Verbindung aufgebaut wurde, kommt auch das Unternehmen alles mit über. Das geht gerne vergessen, dass diese Verbindung terminiert ist beim Anbieter. Und theoretisch könnte der alles mitbekommen. Ich weiss, es gibt Dinge, die nachher… Also, du meinst jetzt konkret Anydesk oder Teamviewer oder wer auch immer? Genau. Es gibt schon Möglichkeiten, dann direkte Verbindungen aufzubauen, aber standardmässig, wenn eben Firewalls und alles zu ist, muss es ja irgendwo drehen gehen. Ja, also da gibt es sicher beide Varianten. Ich kenne auch die, die zwar die Verbindungsaufnahme dann über dieses, nennen wir es mal Host-System, Zwischensystem machen, die effektive Verbindung dazwischen dann aber direkt ist. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Nichtsdestotrotz, ich habe mir mal den Spass gegönnt für zwei sehr prominente Tools. Das eine natürlich muss Anydesk sein, klar, weil es so unbedingt in den Medien ist, aber tatsächlich auch sehr häufig, was wir antreffen, ist Teamviewer. Und da habe ich mir mal den Spass gemacht, so ein bisschen nachzuforschen, was waren denn so in den letzten paar Jahren so die grössten Schwachstellen. Und ich war selber etwas erstaunt, ganz ehrlich. Da gab es einiges. Und es gibt ja so diesen Score, Andreas. Ja, den CVE, CVE geschrieben, wo so eine Grenze, man sagt etwa bei 8, alles was höher ist, ist wirklich sehr, sehr kritisch. Da musst du rennen und diesen Patch einspielen, wenn er draussen ist. Und ich war selber erstaunt, als ich deine Liste gesehen habe, wie viel über diesen 8 waren. Also wir können mal mit Teamviewer beginnen. 2021, 8,8. Boah. Dann 2020 ist zwar, klar, ist jetzt vier Jahre her, aber vier Jahre sind jetzt auch nicht so die Welt. 8,8 und für diese Schwachstelle waren dann auch öffentlich Exploits bekannt. Also extrem gefährlich. 2019 nur eine 7,0. Aber dort war auch bekannt, dass die Schwachstelle eben ausgenutzt wurde. Ja, und so geht es weiter. 2019 waren weitere 8,8 und, hört genau zu, 2018 sogar eine 9,8. Also es fehlt nur noch 0,2 bis zur Topnote. Und die ist nicht erstrebenswert hier in diesem Fall, diese Topnote. Also ganz üble Schwachstellen. Da gab es auch Vorfälle. Ich kann mich auch wirklich daran erinnern, an Einzelne zumindest davon. Ehrlich gesagt nicht an alle, weil ich war wirklich etwas überrascht, wie viele es waren. Aber solche Schwachstellen, das ist dann kein Spaß. Weil da geht es unter Umständen, hey, nicht bei jeder Schwachstelle, das kann auch mal was anderes sein. Es kann auch mal sein, dass beispielsweise ein User, der verbunden ist, seine Rechte erweitern kann oder so. Aber unter Umständen kommt da eben wirklich jemand von aussen auf dein System. Unter Umständen schon berechtigt. Verheerend. Ich sehe es gerade bei Industriebetrieben, die noch Maschinen haben, die sie fernwarten müssen, das oft an eine alte Windows-Version läuft und darauf noch ein uraltes Teamviewer. Und dann hast du genau zwei Schwachstellen. Du hast ein unsicheres Betriebssystem und du hast eine unsichere Remote-Software. Ein gewundenes Fressen. Eigentlich bin ich erstaunt, dass so wenig passiert. Ja, das sind wir ja teilweise auch. Es gibt einfach verhältnismässig zu wenig Hacker auf dieser Welt. Nein, kann ich das zurücknehmen? Es gibt zu viele, natürlich gibt es zu. Kannst du zurückspulen. Ja, nochmal. Es gibt natürlich schon zu viele, aber manchmal staunen wir tatsächlich. Und das ist auch bei solchen ICS-Audits, die wir ja durchführen. ICS steht in dem Fall für Industrial Control System. Ist genau das, was du sagst, Andreas. Ja, das treffen wir immer wieder an. Jetzt haben wir über Teamviewer gesprochen. Und ich habe gesagt, Anydesk muss auch noch ein bisschen Fell lassen. 2023 eine 7,5. Ja, auch schon hoch. Also alles, was da nahe am 8 ist, finde ich also sehr gefährlich. Die letzte über 8 waren 2021. 8,8 ist heftig. Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. 2020 auch eine 9,8. Also auf gleicher Stufe wie Teamviewer. Und auch da sind öffentlich Exploits bekannt. Ja, also auch hier, wir sagen es ja immer wieder in unseren Folgen, Patchen ist einfach essentiell wichtig. Und vergesst nicht, wo ihr das überall installiert habt. Geht nachschauen. Häufig ist ja noch spannend, wenn wir dann auch unsere Kunden darauf ansprechen, auf solche Tools. Dann ist im ersten Moment so, wie soll ich das jetzt benennen? So wie ein bisschen Unverständnis. So hä, warum ist das, soll das gefährlich sein oder so? Macht ja jeder, ist ja normal. Wir müssen das häufig auch zuerst begründen und erklären, wieso das überhaupt gefährlich ist. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Andreas, rett er mich? Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich, solche Tools können extrem viel. Das ist wie wenn ihr selber vor der Maschine sitzt und die laufen vielleicht noch mit dem Service-Account mit sehr hohen Rechten. Und da kann das Ding alles machen. Tastatur, Bildschirm, Musik, Dateien öffnen, verschieben, was auch immer. Je nach Kontext sogar richtig gefährlich. Danke, hast du mich gerettet, Andreas. Ich weiss jetzt wieder, was ich sagen wollte. Nämlich, ich benenne diese Tools manchmal auch, das sind legale Trojaner. Heftig, oder? Würdest du auch so weit gehen? Sogar selbst installierte trojanische Pferde. Genau. Würdest du auch so weit gehen, die so zu benennen, oder? Absolut, von der Funktion her, ja, bin ich bei dir. Und das ist dann, wo man zu überlegen beginnt, sagt, aha, ja, eigentlich, stimmt ja. Und eben dann läuft das, vielleicht ist die Berechtigung gar nicht so hoch vom Kontext, aber der Dienst selbst, der läuft dann wieder mit Adminrechten oder Domänenadminrechten. Und auch da wieder, ja, aber das ist ja nicht so gefährlich, da müsste ja zuerst, ja. Aha, ja, ist ja von aussen erreichbar. Genau, und es gibt diese Schwachstellen immer wieder und die werden auch in Zukunft, ich glaube, das konnten wir mit dieser Historie auch ein wenig aufzeigen, werden die immer wieder da sein. Ja, schauen wir doch noch, was es für Alternativen gibt. Ich habe begonnen mit dem Support in meinem bekannten Umfeld, natürlich onseitig, kann ja vorbeigehen. Je nachdem, wie weit weg das ist, kann ich mit dem Fahrrad gehen, muss ins Auto sitzen. Ja, mühsam, aber möglich. Ich nenne sie auch gern Turnschuhinformatik. Ist natürlich auf der einen Seite provokativ, Andreas, aber das habe ich jetzt vor kurzem auch wieder erlebt, in einer Industrieumgebung, also so einer OT-Umgebung, wie es auch gerne genannt wird, haben wir auch ein paar Dinge gefunden und da hieß es dann vom Hersteller, als wir gesagt haben, oder wir haben dem Kunden ein paar Hinweise gegeben, ein paar Tipps und der hat dann gesagt, gut, mit dem gehe ich auf den Hersteller zu und der Hersteller, die Antwort war ganz einfach, das können wir schon machen, wenn ihr das unbedingt möchtet, dann müssen wir einfach jedes Mal zu euch rausfahren, koste jedes Mal 500 Franken extra Pauschale. Ja klar, ich verstehe beide Seiten, ich gebe es ja zu, ich verstehe wirklich beide, in der heutigen Zeit sollte es ja irgendwo auch möglich sein, dass man das eben nicht muss, immer zum Kunden rausfahren, was mich dort mehr, ach ich sage irritiert, nein, es hat mich genervt, was mich mehr genervt hat, ist so die Arroganz, so von wegen, eigentlich sind wir überhaupt nicht interessiert an einer Lösung und überhaupt nicht das so state of the art und zeitgemäß zu machen, sondern entweder macht ihr es so, wie wir das machen oder dann müssen wir halt vorbeikommen, so diese Art, das hat mich eigentlich mehr so ein bisschen gestört. Wir haben ja schon mal eine Folge über VPN gemacht, Virtual Private Networks, das wäre eine andere Alternative, das heisst, die Verbindung wird auf der Firewall oder auf einem entsprechenden Antivice terminiert. Man kann ein Regelset hintendran machen, man kann dann auch sperren, das nur zu bestimmten Zeiten oder nur von bestimmten IP-Adressen aus zugegriffen werden kann und vor allem, ich kann dort mit persönlichen Accounts und vor allem Mehrfaktor-Identifizierung arbeiten. Ich finde das persönlich eine gute Idee, weil da komme ich von außen und greife nach innen zu, ich kann das üblicherweise eben sehr gut auch zeitgesteuert machen. Fairerweise denke ich, man könnte natürlich gerade Dinge wie MFA oder so, könnte man natürlich auch, oder ich gehe schwer davon aus, dass das auch mit AnyDesk, TeamViewer und den meisten Tools, würde ich mal sagen, schon irgendwie geht. Was aus meiner Sicht dann eben auch wieder ganz, ganz wichtig ist, gerade bei MFA, dass das wirklich persönliche Accounts sind. Auch das sehen wir dann immer wieder, dass Support-Firmen, die haben dann einen Account, die sharen sich dann den MFA-Token. Ja, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit eines Supply-Chain-Angriffs, wie das ja so schön heisst, dass ein Angriff über den Lieferanten wieder viel, viel höher. Haben wir dazu schon eine Folge gemacht? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, haben wir mal, absolut. Weil das grosse Problem ist, dieser Account und vielleicht das Bildchen des QR-Codes liegen irgendwo rum. Vielleicht im KeyPass, das wäre noch das Beste, oder es liegt einfach in einem File-Share mit dem Kundennamen, liegen die Credentials drin und eben das Bildchen noch, kann jeder das nutzen. Und vor allem auch diejenigen Mitarbeitenden, die gar nicht mehr bei diesem Dienstleister arbeiten. Oh ja, aber da machen wir eine neue Büchse auf. Komm, ich drücke die wieder zu, Andreas. Sonst wären wir nicht mehr fertig. Ich finde es wirklich ganz wichtig, egal welche Lösung das ihr nehmt, ob ihr das mit VPN macht, ob ihr das mit TeamViewer AnyDesk, ob ihr das toll findet. Ich finde es eher nicht so toll, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ja, aber auf jeden Fall überlegt euch gut, wollt ihr diese Zugänge immer offen lassen? Und ich bin ganz klar der Meinung, nein. Wenn es immer irgendwie geht, die nur aufmachen, wenn ihr da auch Support benötigt und angefragt habt. Die meisten Betriebssysteme haben heute auch schon was integriert. Da müsst ihr nicht noch was zusätzliches installieren und die werden dann genau aktiviert, wenn man sie auch braucht. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Der Einsatz von Fernwartungssoftware sollte gut überlegt sein. Alternativen empfehle ich euch wirklich zu prüfen. Besser aktiviert diese Software nur, wenn ihr sie auch braucht. Achtet darauf, persönliche Accounts auch für externe Administratoren und immer MFA verwenden. Und wie immer patchen, 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 patchen. Das war's wieder mit Angriffslustig. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch Weitere Updates und Tipps auf GoSecurity. Wiritere Updates und Tipps auf GoSecurity. Vielen Dank.